Die Aussagenlogik beschäftigt uns noch immer und es wird langsam Zeit, dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, wie wir aussagenlogische Formeln aufschreiben können und vielleicht in Normalformen umwandeln, sondern auch darüber nachdenken, wie wir sie denn eigentlich auswerten wollen. Und das führt uns zum wichtigen Thema des logischen Schließens, komplett mit Majuskel SZ. Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Markus Krutsch, Sie sind bei der Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten, auch wenn wir im Moment noch nicht so viel zum Thema formale Sprachen erklärt haben in diesem Teilgebiet der Logik. Dazu möchte ich auch noch kommen, aber zunächst wollen wir noch ein bisschen mehr über die Logik an sich erfahren. Wir haben schon eine ganze Menge Begriffe kennengelernt. Ich weiß, dass das, wenn man neu beginnt im Bereich Logik, oftmals eine gewisse Hürde darstellt. Das sind eine ganze Menge relativ einfacher Dinge eigentlich, die aber allesamt mit ihren eigenen Bezeichnungen kommen, die sie vielleicht auch in anderen Vorlesungen oder Kursen, die mit Logik zu tun hatten in der Informatik, so noch nicht verwendet haben. Und es hilft sich, das einfach mal zu merken, denn wenn man es einmal verstanden hat, dann kann man vielem viel leichter folgen. Also das Wesentliche haben Sie hier nochmal aufgeführt, alles samt wiederholt aus den vergangenen Videos. Also halten Sie ruhig mal an und schauen Sie, ob Sie das alles noch so erinnern. Und vielleicht verwenden Sie es auch als kleinen Spickzettel, wenn Sie an irgendeiner Stelle mal einen Begriff nicht mehr ganz parat haben. Gut, ich hatte außer über diese vielen Begriffe auch über Vereinfachungen gesprochen, das ist in der Logik stets willkommen. Vereinfachungen für uns waren vor allem syntaktische Vereinfachungen, bei denen wir versuchen, mit weniger Operationen, weniger Jungtoren auszukommen und die, die noch verfügbar sind, vielleicht auch noch in eine besondere Form zu überführen. Der Grund, warum wir so etwas tun, ist, dass wir dadurch weniger Fälle betrachten müssen, wenn wir Algorithmen zum Verarbeiten von logischen Formeln verwenden. Anstatt für jeden Jungtor einen eigenen Fall angeben zu müssen von unseren fünf verschiedenen Jungtoren, die wir eingangs eingeführt haben, können wir uns also auch auf eine kleinere Untermenge beschränken. Und dadurch werden unsere Algorithmen kürzer. Die wichtigen Normalformen, die wir besprochen haben, waren die Negationsnormalform, die immer sehr leicht zu bilden ist. Wir schieben die Negation nach innen, manchmal verändern sich dabei andere Jungtoren, wenn die Negation durch sie durchwandert. Das kennen wir von den demorganischen Regeln. Und abgesehen davon ist das ein sehr, sehr einfacher Vorgang. Das können Sie, kann man fast ablesen, ja, man kann es aber auch Schritt für Schritt herleiten. Dann gab es noch zwei andere wichtige Formen, die konjunktive und die disjunktive Normalform, bei denen wir eine Konjunktion von Disjunktionen bilden. Also die Konjunktion von Disjunktionen ist die konjunktive Normalform oder eine Disjunktion von Konjunktionen, die dann die disjunktive Normalform genannt wird. Beides kann, wenn man es einfach so erzeugt, egal welche Methode man da verwendet, im schlimmsten Fall exponentiell groß werden. Das liegt deshalb nicht an der Methode, weil es Fälle gibt, in denen es keine kürzere Normalform dieser Art geben kann. Und das heißt, jede Methode muss so etwas Großes erzeugen. Und das ist natürlich problematisch und selten günstig, wenn man sich eigentlich nur einen Algorithmus einfacher machen wollte. Dann ist es vielleicht keine gute Idee, wenn man zunächst einmal die Eingabe des Algorithmus exponentiell vergrößert. Das könnte zulasten der Performance gehen. Deshalb wollen wir oft auch, braucht man oft kleinere Normalformen. Und da haben wir am Ende des letzten Videos noch besprochen, dass man die konjunktive Normalform auch linear hinbekommen kann, nämlich indem man Hilfsatome einführt. Die Grundidee war ganz einfach, wir nehmen Formeln, die als Teilformeln in unserer Formel auftauchen und ersetzen sie durch neue aussagenlogische Symbole, Atome. Und fügen dann konjunktiv hinter die Formel noch eine Definition dieser neuen Symbole hinzu, indem wir sagen, das neue Symbol ist äquivalent zu der Formel, die wir gerade ersetzt haben. Und wenn man das so macht, dann kann man auf die Art die Schachtelungstiefe von Formeln sehr stark reduzieren. Und das geht nur zu Kosten von zusätzlichen Konjunktionen, die hinten angehängt werden. Und da wir am Ende sowieso eine Konjunktion erzeugen möchten, ist das für die Größe nicht sehr problematisch. Denn diese zusätzlichen Konjunktionen können wir alle auch in konjunktive Normalform überführen. Aber dabei wird, da sie jeweils nur klein sind, nicht sehr viel zusätzlicher Platz benötigt werden. Also das ist die allgemeine Idee. Strukturelle Transformation, sagt man manchmal. Man nimmt einen Teil der Struktur, gibt ihm einen neuen Namen und schreibt eine zusätzliche Definition dazu, die sagt, dieser neue Teil hat diese Bedeutung, die wir gerade ersetzt haben. Okay, damit bekommen wir das also linear hin und das wird nützlich sein in den nächsten Videos. Jetzt wollen wir logisch schließen. Okay, davon hatte ich schon ein wenig gesprochen, informell auf jeden Fall, eigentlich auch formell, denn wir hatten ja über die Semantik von Aussagenlogik geredet. Sie wissen, was eine logische Konsequenz ist und in welchen Fällen man eine logische Konsequenz aus einer gegebenen Theorie ableiten darf. Nämlich dann, wenn für alle Modelle der Theorie auch gilt, dass die logische Konsequenz wahr ist. Das wollen wir jetzt als ein Berechnungsproblem ansehen. Ist es ja auch am Ende. Ja, kein Mensch möchte eine große Menge logischer Formeln selbst auswerten oder die mathematisch analysieren, sondern das möchten wir gern mit Computern machen. Die können das viel schneller. Was wir damit erhalten, wenn wir logisch schließen, ist eine Reihe von typischerweise Entscheidungsproblemen. Ja, es ist nicht immer so. Also es gibt kein Naturgesetz, das sagt, jedes Problem des logischen Schließens ist ein Entscheidungsproblem. Aber es stellt sich heraus, dass häufig Entscheidungsprobleme dabei entstehen. Was war ein Entscheidungsproblem? Das waren Probleme, bei denen die Antwort nur Ja oder Nein sein kann oder True oder False, was natürlich auch nahe liegt, wenn wir über Logik sprechen, dass das häufige Antworten sind. Und hier sehen Sie drei auf dieser Folie aufgelistet, die in diese Kategorie gehören. Die Schlussfolgerung, bei der wir eine bestimmte Menge an Formeln erhalten. Ich hatte das gerade Theorie genannt, das sagt man auch gern zu einer gegebenen Formelmenge, eine logische Theorie. Also eine Formelmenge f und eine Formel g und wir möchten wissen, gilt denn nun, dass aus f g folgt? Falls ja, dann sollte die Ausgabe ja sein, sonst nein. Allgemeingültigkeit, brauchen wir weniger Eingaben. Formel ist lediglich f. Wir wollen wissen, ist die Formel allgemeingültig oder nicht? Ebenso Unerfüllbarkeit, auch hier eine einzige Formel ist die Eingabe f und wir möchten wissen, ist diese Formel unerfüllbar oder nicht? Das sind alles logische Probleme des Schließens, die wir also lösen wollen in der Regel. Und wir nennen diese Probleme des logischen Schließens, weil sie sich auf die Bedeutung, auf die Semantik der Formel beziehen und nicht auf die Syntax. Also die Formatierung der Formel ist unerheblich, es geht darum, was sie ausdrückt. Okay, das wollen wir also jetzt berechnen. Und Sie sehen, da gibt es schon jetzt eine ganze Menge an Problemen, man könnte noch mehr nennen. Und Sie fürchten jetzt natürlich, dass ich Ihnen in sehr vielen Videos sehr viele verschiedene Algorithmen über diese verschiedenen Probleme erklären muss. Das ist zum Glück nicht so, denn es stellt sich heraus, dass man diese Probleme aufeinander reduzieren kann. Das heißt, man kann jegliches Problem dieser drei Arten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe zumindest, auf ein beliebiges Problem einer anderen Art zurückführen und dann auf diese Art indirekt die Lösung ermitteln. Das heißt, wenn man eines der drei Probleme lösen kann, dann kann man die anderen ebenfalls lösen. Wie geht das im einzelnen Fall? Wir haben hier drei Anstriche, wo es für die drei Fälle gezeigt wird. Und es stellt sich heraus, eine Formelmenge hat eine andere Formel als Konsequenz, natürlich für endliche Formelmengen. Ansonsten ist es auch in der Version kein Entscheidungsproblem, denn eine unendliche Eingabe wäre für einen Algorithmus ohnehin problematisch. Also wir haben endlich viele Formeln gegeben, davon gehen wir aus. Und wir können nun sagen, eine Menge endlich vieler Formeln hat eine andere Formel G als Konsequenz, genau dann, wenn die Konjunktion dieser endlich vielen Formeln, also die Verundung, als Implikation zu G allgemeingültig ist. Also wenn die Formel der Konjunktion impliziert G allgemeingültig ist, dann das immer gilt. Und das wiederum gilt genau dann, wenn es unmöglich ist, dass alle Formeln in F gelten und G nicht. Also wenn das unerfüllbar ist, dann ist es ebenfalls klar, dass G eine Konsequenz von F ist. Also mit anderen Worten, wenn Sie das herausfinden möchten und haben aber nur einen Algorithmus zur Hand der Allgemeingültigkeit testet oder nur einen der Unerfüllbarkeit testet, dann könnten Sie jeden von diesen anderen Algorithmen genauso gut verwenden und wüssten dann, wie die Antwort auf dieses Problem lautet. Und das geht nicht nur in diesem Fall, sondern auch in den anderen. Wenn Sie wissen wollen, ob F allgemeingültig ist, aber haben keinen speziellen Algorithmus dafür zur Hand, dann könnten Sie einen nehmen, der logische Konsequenz entscheidet und einfach fragen, ob die leere Menge diese Formel als Konsequenz hat. Und wenn Sie auch das nicht haben, könnten Sie vielleicht einen haben, der Unerfüllbarkeit entscheidet und Sie prüfen, ob die Negation Ihrer Formel unerfüllbar ist. Die Formel ist allgemeingültig genau dann, wenn Ihre Negation unerfüllbar ist. Und ja gut, für Unerfüllbarkeit geht es genauso. Eine Formel ist unerfüllbar, wenn aus ihr ein Widerspruch folgt. Sie erinnern sich, dieses Symbol hatte ich Bottom genannt. Das ist eine Formel, die immer falsch ist. Und eine Formel, die immer falsch ist, kann die überhaupt jemals folgen? Ja, sie kann folgen. Nämlich dann, wenn auch die Vorbedingung der Folgerung niemals gilt. Ja, denn was hier steht, ist ja, in jedem Fall, in dem F gilt, muss auch Bottom gelten. Aber so einen Fall kann es nicht geben, denn Bottom gilt ja nie. Also darf auch F nie gelten. Das ist also dieser Randfall der Implikation, der manchmal für Verwirrung sorgt, wenn die Prämisse falsch ist, kann die Implikation trotzdem wahr sein. Ist sie geradezu immer. Und ja, genau wie bei Allgemeingültigkeit gilt hier auch die Umkehrung. F ist unerfüllbar, wenn nicht F allgemeingültig ist. Okay, gut. Das heißt also, es reicht ein Algorithmus. Und wir können uns außerdem aussuchen, welches der Probleme uns am bequemsten erscheint, um algorithmisch gelöst zu werden. Wir müssen also keines bevorzugen. Es können, je nachdem, welche Technik wir gerade anschauen, haben wir vielleicht eine Präferenz, was am naheliegendsten erscheint. Und das können wir dann nehmen. Okay. Das ist also sehr praktisch. Und trotzdem brauchen wir natürlich noch einen entsprechenden Algorithmus. Und dahin wollen wir uns langsam vortasten. Wie könnte man das machen? Naja, ein bisschen was wissen wir ja schon. Wir hatten, als wir über die Semantik gesprochen hatten, mit Hilfe von Wahrheitswertetabellen argumentiert. Die Semantik selbst ist ja definiert am Ende über Wahrheitswertetabellen. Und Wahrheitswertetabellen sind endliche Tabellen. Denn es gibt nur endlich viele mögliche, unterschiedliche Zuweisungen für die Atome, die in einer bestimmten Formel oder Formelmenge vorkommen. Weil wir annehmen, dass all das auch endlich ist. Allgemeingültigkeit kann man leicht aus der Wahrheitswertetabelle ablesen. Man muss einfach schauen, ob für jede Belegung der Wahrheitswert 1 entsteht. Also ich würde eine vollständige Wahrheitswertetabelle für eine Formel F bilden und schauen, ob immer 1 herauskommt. Unauffüllbarkeit ist das Duale. Da schaue ich, ob immer 0 herauskommt. Und bei der Schlussfolgerung ist es nur wenig schwieriger. Da schaue ich einfach, ob der Wert der angenommenen Konsequenz G immer dann 1 ist, wenn alle Formeln, die in F in dieser Formelmenge vorkommen, den Wert 1 annehmen. Das heißt, ich schaue mir nur bestimmte Zeilen der Wahrheitstabelle an, nämlich die, in denen all diese Formeln 1 sind oder auf 1 abgebildet werden, sollte ich korrekter sagen. Und schaue, ob da in diesen Fällen auch G auf 1 abgebildet wird. Und falls das so ist, dann habe ich die logische Konsequenz gezeigt. Okay, also ganz einfach eigentlich. Wir haben eine einfach zu implementierende, direkte Art und Weise, wie wir all diese Probleme entscheiden können. Würden Sie es so implementieren? Naja, ich vermute, Sie haben schon an anderer Stelle davon gehört und darüber nachgedacht, dass Wahrheitswertetabellen natürlich in vielen Fällen sehr groß werden und sich dadurch gewisse Probleme einstellen, was die Performance betrifft. Denn der offensichtliche Nachteil ist, eine solche Tabelle hat immer 2 hoch N viele Zeilen, wenn wir N Atome in unseren Formeln haben. Ja, das hatten wir natürlich in solchen Kursen an Universitäten, werden Sie stets nur kleine N vorfinden. Deshalb müssen wir uns über Performance bei dem Handrechnen, was wir oft üben, meist keine großen Sorgen machen. Aber wenn Sie in der Praxis arbeiten, dann sehen Sie, dass Sie sehr schnell sehr viele Variablen erhalten, selbst für relativ einfache Probleme. Wir hatten selbst schon so eins gesehen. Als ich über Modellierung gesprochen hatte, habe ich Ihnen Sudoku gezeigt und hatte dieses kleine Problem dargestellt durch insgesamt 9x9x9 Atome. Für jedes der 9x9 Koordinatenpaare gibt es 9 mögliche Einträge als Ziffern. Und das kann man darstellen, indem man diese einzelnen Kombinationen jeweils wahr oder falsch macht. Auf die Art kodiert man, was jetzt im Sudoku gelten soll. Das heißt, ich habe insgesamt 729 propositionale Atome. Die Tabelle, wenn ich sie also jetzt erstellen würde, hätte 2 hoch 729 Zeilen. Das sind ungefähr 2,8 mal 10 hoch 219 Zeilen. Aber unsere Rechner sind doch schnell, oder? Moderne Rechner müssten das doch hinbekommen, auch wenn manchmal etwas größere Zahlen entstehen, oder? Tja, das Problem bei Exponentialfunktionen ist eben, dass sie schneller wachsen, als die Hardware nachkommt. Und das wird auch immer so bleiben. Man sieht das relativ gut an diesem Beispiel, wenn man mal ein paar Vergleichsgrößen sich anschaut. Was hat denn noch eine hohe Zahl? Zum Beispiel könnte man die Anzahl der Neuronen im menschlichen Gehirn nehmen. Ja, da haben wir der eine mehr, der andere weniger. 1,5 mal 10 hoch 14 Neuronen etwa. Auch bei weitem nicht in der Größenordnung, die wir hier betrachten müssten. Wie viele Bytes wurden bisher in Computern gespeichert? Das kann man nur schätzen natürlich, aber wahrscheinlich deutlich weniger als 10 hoch 24. Okay, das ist also auch noch weit davon entfernt. Und Sie sehen, wir kriegen ein Problem, ja. Wenn wir das als eine Wahrheitswertabelle speichern würden, hätten wir also schon eine weitaus größere Datenmenge zu bewältigen, als das, was bisher insgesamt bewältigt wurde durch alle Computer der Erde. Nanosekunden bis der Kern der Sonne ausbrennt. Ungefähr 10 hoch 29. Die Zahl ist von 2018, aber ich glaube, ungefähr gilt das auch heute noch. Die Zahl könnte man also als Richtwert nehmen. Wenn wir in jeder Nanosekunde eine Zeile dieser Tabelle erzeugen, kommen wir nicht sehr weit. Müssen wir uns also deutlich mehr beeilen, damit wir es schaffen, diese vielen Zeilen zu generieren. Vielleicht wollen wir sie ja nicht speichern. Vielleicht reicht es uns ja aus, dass wir sie erzeugen. Anzahl der Atome im beobachtbaren Universum, das ist dann so die größte physikalische Zahl, von der man noch sprechen kann vielleicht. Auch das können wir nur schätzen, vielleicht so 10 hoch 82, wenn es hochkommt. Sie sehen, auch da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Also selbst wenn jedes Atom im Universum, nicht nur die auf der Erde, sondern überhaupt eine Zelle darstellen könnte in irgendeiner Form, würde das nicht ausreichen, bei weitem nicht für diese Tabelle. Und das heißt, was erkennen wir daraus? Sudoku ist unlösbar. Ne, wahrscheinlich brauchen wir einfach andere Algorithmen. Also dieser Ansatz mit Wahrheitswertetabellen funktioniert in der Praxis überhaupt nicht und ergibt auch keinen Sinn. Also egal, ob man sie speichert oder nur durchgeht, es dauert einfach viel, viel, viel zu lang. Außerdem illustriert das schön, was exponentiell eigentlich bedeutet und dass das nichts mit Programmiergeschick oder Hardwarebeschleunigung oder Parallelismus oder irgendetwas anderem zu tun hat. Wenn Sie wirklich exponentiell Probleme haben, müssen Sie ganz andere Ansätze verwenden. Dann können Sie sich nicht auf Geschwindigkeit verlassen, sondern müssen Geschick haben und vielleicht auch ein bisschen Glück manchmal. Okay, also was könnten wir noch machen? Wie können wir diese Probleme lösen, wenn nicht so? Naja, eine Möglichkeit ist es tatsächlich, unsere Normalformen zu bemühen. Die disjunktive Normalform zum Beispiel, also eine Disjunktion von Konjunktionen. Damit kann man sehr gut Unerfüllbarkeit und Erfüllbarkeit testen. Wie geht das? Satz. Eine Formel in DNF ist genau dann erfüllbar, wenn eines ihrer Monome erfüllbar ist. Monome, das waren die einzelnen Konjunktionen. Ergibt das Sinn? Ja, natürlich. Es ist eine Disjunktion. Wenn ein Teil der Disjunktion wahr ist oder erfüllt werden kann, dann ist die ganze Formel in diesem Fall auch erfüllt. Und wenn das nicht der Fall ist, natürlich, dann kann die ganze Formel nicht erfüllt werden, wenn keines der Monome erfüllbar ist. Wie finden wir das raus, ob diese Monome erfüllbar sind? Und naja, das sind ja nur Konjunktionen von Literalen, also von einfachen Atomen und ihren Negationen. Und so eine Konjunktion ist genau dann erfüllbar, wenn sie kein Atom gleichzeitig negiert und nicht negiert enthält. Das ist schon alles, was man ausprobiert, testen muss. Für alle Fälle, in denen das sichergestellt ist, findet man leicht eine erfüllende Belegung. Okay, also ganz einfach. Wir gehen einfach so vor. Wir führen das Problem, also die Formelmenge oder die Formel, zunächst auf Unerfüllbarkeit zurück, so wie ich es gerade erklärt habe. Dann bilden wir die disjunktive Normalform und laufen durch die Monome, prüfen für jedes, ob es eben solche gegensätzlichen Atome enthält. Das ist sehr einfach, schnell erledigt. Und dann haben wir die Antwort auf all diese Fragen. Gibt es ein Problem? Ja, natürlich, das Problem ist das gleiche wie zuvor. Die DNF kann sehr groß werden. Also auch diese disjunktive Normalform kann exponentiell groß werden. Und Sie haben gerade gesehen, was das heißt. Das bedeutet, sie kann auch so groß werden, dass die Atome im Universum nicht ausreichen, wenn sie selbst einfache oder relativ einfache Probleme damit angeht. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie bei der Wahrheitswertetabelle, denn in vielen Fällen finden wir DNFs, die immer noch in ihrer Größe handhabbar sind. Das heißt, es kann sein, das Problem lässt sich auf die Art tatsächlich viel schneller lösen. Es wird nicht schlimmer zumindest als das, was man mit der Wahrheitswertetabelle bekommt. Und vielleicht hat man ja Glück. Bestenfalls ist die Formel vielleicht schon in DNF. Dann können wir sie direkt so nutzen. Außer natürlich die Frage war, ist es eine Tautologie. Dann müssten wir sie erst negieren und dann ist sie genau das Gegenteil einer DNF und wird wahrscheinlich ziemlich groß werden, wenn wir sie wieder in eine DNF zurückumwandeln. Gut, aber Sie sehen, so eine Normalform hat Vorteile und der Aufwand, den man betreibt, um sie zu bilden, ist nicht ganz verschwendeter Aufwand, denn offenbar löst er schon einige schwierige Probleme einfach nur durch die Umform. Denn was man dann noch machen muss, ist eigentlich kaum noch der Rede wert. Gut, schließen mit DNF. Na gut, kann man versuchen. Und man kann natürlich auch das Gegenteil tun, das Duale, sollte ich sagen, mit KNF, also konjunktiver Normalform. Da ist alles genau umgekehrt. Man kann Widerlegbarkeit und Allgemeingültigkeit aus diesen Formeln ablesen. Satz, eine Formel in KNF ist genau dann widerlegbar, wenn eine ihrer Klauseln widerlegbar ist. KNF sind Konjunktionen von Disjunktionen. Die Disjunktionen heißen Klauseln. Und wenn man die Konjunktion selbst widerlegen möchte, dann muss man letztlich nur eine dieser Klauseln widerlegen, denn das reicht schon, damit die Konjunktion nicht mehr erfüllt ist in diesem Fall, wenn die Klausel nicht wahr ist. Wie findet man das raus, ob so eine Klausel, eine Disjunktion widerlegbar ist? Das ist genau dann der Fall, wenn sie kein Atom gleichzeitig negiert und nicht negiert enthält. Denn wenn sie gleichzeitig das Atom negiert und nicht negiert enthält, dann steht da so etwas wie P oder nicht P. Das lässt sich natürlich nicht widerlegen. Aber in allen anderen Fällen kann man eine Belegung finden, mit der die Klausel falsch wird und damit ist die ganze Formel widerlegbar und somit keine Tautologie. Damit hätten wir die Antwort. Wenn Sie wissen wollen, ob es eine Tautologie ist, müssen Sie die Antwort nur umkehren. Also auch hier ein mögliches Verfahren. Führe logisches Problem auf Allgemeingültigkeit zurück, eventuell mit Umwandlungen. Dann bilden wir eine KNF und prüfen, ob eine dieser Klauseln komplementäre Literale enthält. Gleiche Idee, gleiches Problem. Auch die KNF kann exponentiell groß werden, muss sie aber nicht. Sie kann auch vor allem in ganz anderen Fällen exponentiell groß werden als die DNF. Das heißt also, das, was für das eine Verfahren leicht ist, ist vielleicht für das andere Verfahren schwer. Aber wenn Sie genau darüber nachdenken, ist das nicht ganz richtig, denn wir prüfen ja hier auch eine andere Eigenschaft, nämlich Wiederlegbarkeit und Allgemeingültigkeit. Wenn Sie Allgemeingültigkeit herausfinden möchten, können Sie entweder direkt die KNF bilden oder Sie negieren das Ganze und bilden dann die DNF. Durch diese Negation ist es natürlich so, dass Sie wahrscheinlich eine gewisse Energieerhaltung hier verspüren werden. Das wird wahrscheinlich nicht deutlich einfacher werden. Also wenn die Formel schon in DNF zum Beispiel ist und deshalb schwer in KNF umgewandelt werden kann, dann wird sie auch, wenn man sie negiert, schwer in DNF umgewandelt werden können. So ist das Leben. Ja, also es ist im Prinzip der gleiche Ansatz wie der, den wir gerade mit DNF hatten, nur alles einmal negiert. Okay, aber war da nicht was? Das konnten wir nicht einen Trick anwenden, um die KNF kleiner zu machen. Ja, strukturelle Transformation, habe ich doch gerade darüber gesprochen. Wäre es hier nicht auch möglich, dass wir mithilfe von zusätzlichen Atomen, zusätzlichen Propositionen, die KNF so bilden können, dass sie eben nur linear viel größer wird? Hatte ich ja eingangs erzählt. Man kann die exponentielle Vergrößerung verhindern, indem man diese Hilfsatome einführt. Kann man tatsächlich, aber darf man das hier? Kurz darüber nachgedacht. Was wollen wir zeigen? Widerlegbarkeit, Allgemeingültigkeit. Was passiert, wenn wir neue Propositionssymbole einführen? Wir erhalten die Erfüllbarkeit oder auch die Unerfüllbarkeit. Warum wieder, was passiert mit Widerlegbarkeit? Die erhalten wir leider nicht, denn das Problem ist, wenn Sie neue Symbole einführen, dann ist es möglich, die Formel zu erfüllen, indem Sie die neuen Symbole so interpretieren, wie das, was Sie darstellen. Also ich hatte ja gesagt, jedes Symbol steht für eine Teilformel, die Sie gerne ersetzen wollen, damit Sie nicht so tiefgeschachtelte Formeln verarbeiten müssen. Und natürlich muss das neue Symbol dann auch so interpretiert werden, dass es äquivalent ist zu der Formel, die es repräsentiert. Aber es gibt sicherlich Wertezuweisungen, bei denen das nicht der Fall ist, also bei denen das Symbol einfach irgendwie interpretiert wird und nicht so, wie es eigentlich müsste. Und damit ist die Formel nach der Umformung, nach dieser strukturellen Transformation vielleicht widerlegbar, auch wenn sie das vorher nicht war. Einfach weil wir zusätzliche Symbole eingeführt haben, die sich an den anderen orientieren müssen in ihren Wahrheitswert. Und wenn Sie das einfach nicht tun, dann wird die Formel falsch, auch wenn es zuvor vielleicht nicht möglich gewesen wäre, das zu erhalten. Das heißt also, wir können hier die kleinere KNF erzeugen, aber wir können damit das Problem der Allgemeingültigkeit nicht lösen, sondern nur Erfüllbarkeit. Aber über Erfüllbarkeit sagt uns die KNF nichts. Also mit einer kleinen KNF können wir Erfüllbarkeit nicht leicht lösen. Erfüllbarkeit müsste man mit Hilfe von DNA lösen. Und da ist man wieder am Anfang. Also Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach. Also wie man rangeht, es läuft darauf raus, in manchen Fällen zumindest, ist das, was wir tun, immer exponentiell ineffizient. Und das sollte uns Sorgen machen, wie wir gesehen haben, selbst bei kleinen Problemen. Funktioniert logisches Schließen dann in der Praxis überhaupt? Kann man das machen? Kann man. Ja, wird gemacht. Ist praktisch wichtig, wird auch in vielen realistischen Problemen eingesetzt, auch mit viel mehr Variablen als denen in meinem Sudoku, Millionen manchmal. Wie kann das funktionieren? Das erkläre ich beim nächsten Mal, oder zumindest beginne ich ein bisschen damit, das zu erklären. So detailliert soll der Kurs ja nicht werden, aber ein paar andere Ideen möchte ich Ihnen schon noch mitgeben im nächsten und übernächsten Video. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.